Pankow, Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Das war die Augen! Ja, Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben sind... Nicht als Feiglinge! Verreißer! Verzager! Mein... Sie sind ohne Ehre! Wenn Stalin... ... und betrogen worden! Sie werden das Saufer in ihrem... Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Sieh mal an, glaub.